Finalmente Genuss einkaufen heißt es für mich, dass der Kunde gerne ihn kauft, dass es ihm Freude macht, ihn zu kaufen, dass er regionale Produkte findet, frische Produkte findet und eben, dass er auch darauf vertrauen kann, dass die Produkte von da sein. Sicher braucht es Familien, Umgehörige und jemand, der alle da ist und alle werden zusammenhalten. Und ja, sonst kann es sicher nicht sein. Wenn die Leute da inkaufen, dann werden wir auch weiter bestehen und dann werden sie auch einen Vorteil haben, dass sie das frische Brot und die Milch und das alles frisch kriegen und sonst, wenn die Leute nicht da inkaufen, dann hört das halt irgendwann auf.